Könnt ihr mir sagen, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin? Sie macht aus einem Lippenstift ein Creme Blush. Wir machen das. Zuerst machen wir mal einen Container, wo wir den Lippenstift reingeben können. Dieser Bronzer ist ca. 10 Jahre alt und ich glaube, er schimmelt auch schon ein bisschen. Irgendwie tut das trotzdem weh. Und jetzt suchen wir das Lippenstift aus. Ich glaube, ich will was pinkes. Oh mein Gott, was mit Glitzer. Die Farbe. Und den hier. Ich nehme pro Lippenstift wirklich nur ganz wenig. So die Spitze, damit ich den ganz normal weiterverwenden kann. In den Kontor. Ups. Tada. Und ich glaube, alles, was ich jetzt noch tun muss, ist. Föhnen. Also irgendwie ist das doch nicht so einfach wie gedacht. Oder vielleicht stelle ich ihn aber einfach richtig blöd an. Besser wird es leider nicht mehr. Noch ein bisschen trocknen lassen. Und jetzt versuchen wir den einfach mal aufzutragen. Ich glaube, der ist sehr stark pigmentiert. Oh. Bisschen viel, aber echt schön.